Was geht ab Leute? Ingo Marcel. Ich bin Gaius. Gemeinsam sind wir die Fanatics und sind endlich da mit unserem ersten hochgeladenen Video. Ok, auf jeden Fall, die Winterzeit ist jetzt da. Viele wissen nicht was sie anzuziehen haben oder ziehen sich einfach nur richtig dick an, sieht aber manchmal nicht so geil aus. Deswegen sind wir da, haben uns ein paar coole Looks heute ausgedacht und darum, jetzt geht's los. Feel it, feel it, feel it. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. commute Es まぁ viel bei Ö promising Зд folks So, Leute, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das Lookbook gefallen. Jetzt kommen wir natürlich zu der Sache. Die gibt es immer. Bitte supporten, also abonnieren. Zeig es euren Freunden, zeig es euren Bros. Ladies, ihr könnt euch das auch gerne angucken. Ich glaube, Frauen können uns Outfits auch anziehen. Definitiv. Support ist kein Mord. Kein Mord.